Naja was, die haben genauso funktioniert, wie sie funktionieren haben sollen. Ich meine, ich bin ja nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Ich war Lektor des Warren Reports zum Attentat auf John F. Kennedy. Ich war Eigentümer des Matrizenkopierers, auf dem der Abschlussbericht zum Lüttgendorf Selbstmord seinerzeit verfältigt worden ist. Nun, wenn Sie aber sagen, die Sanktionen hätten funktioniert, übersehen Sie da nicht, dass die Koalition zwischen FPÖ und ÖVP ja keineswegs, wie gefordert, aufgelöst wurde, sondern sich insgesamt in wechselnder Form über sieben Jahre erstreckte? Naja, das war ja die Idee dahinter. Die Idee der EU? Nein, nicht ganz. Die Idee mit der EU haben wir ja ursprünglich in den frühen 90ern schon gehabt. Sie erinnern sich, große Koalition, also Rot-Schwarz, damals noch totale Vadess. Keiner hat mehr gewusst, für was es das gibt und wie man die auseinanderhält und also wer ist jetzt der Busseck, wer ist der Franitzki. Und da haben wir damals uns gesagt, also wir haben damals noch nicht expert.com geheißen, weil das Internet war ja noch nicht so richtig erfunden. Wir haben damals noch die arge politische Kommunikation geheißen und jedenfalls haben wir sowohl die Sozi als auch die Schwarzen beraten. Moment, das ist aber jetzt insofern brisant, als Sie ja in dieser Zeit auch immer wieder als Experte in der Zeit im Bild Kommentare zum Auftreten dieser beiden Parteien abgeben. Das ist nicht brisant, das ist normal und wenn Sie mich jetzt noch einmal unterbrechen, Herr Magister, dann lasse ich Sie in der Ecke scheitelknien. Ich weiß, dass das heutzutage nicht mehr als State-of-the-Art-Methode der verdeckten Mediensteuerung gilt, aber ich sage immer, lieber oldies but goldies als Innovation ohne Lohn. Jedenfalls haben wir damals die EU erfunden, als Ablenkung von der völligen Lust und Ideenlosigkeit der Regierungsparteien. Zunächst war aber die EU als Idee noch gedacht als etwas Positives, als großes gemeinsames Projekt von SPÖ, ÖVP und Kronenzeitung. Aber das ist halt wie in einer Fernsehserie nicht. Wenn man merkt, die Leute hassen einen Charakter, aber sie hassen ihn gern, dann buddert man das Ganze halt um. Und wie ich dann 2000 den Haider und den Schüssel beraten habe, da war die EU als Charakter you love to hate schon so etabliert. Moment, Moment, verstehe ich das recht? Sie, also expert.com, beziehungsweise damals noch die arge politische Kommunikation, Sie haben die EU erfunden. Also ich glaube, ich habe Ihnen an sich gesagt, sie soll mich nicht unterbrechen, aber von mir aus, ja, das ist richtig. Also die EU existiert gar nicht? Ja, außerhalb Österreichs existiert sie nicht. Innerhalb schaut man ohne EU schön deppert aus der Wäsch. Da müsste sich dann irgendwer aus der Regierung Kraut machen fürs Rauchverbot oder solche Sachen. Na, was glaubst du, was da los wäre? Und die Sanktionen? Ja, wie ich gerade erklären wollte, ehe Sie Ihren Grünschnabel in meinen Redefluss gedunkt haben, Herr Magister, haben wir damals beschlossen, auf einen etablierten Außenfeind zurückzugreifen, um die neu gebildete Regierung gegen die massiven Angriffe in Schutz zu nehmen. Also was denn für Angriffe, wenn es, wie Sie sagen, die EU ja gar nicht gegeben hat? Die EU nicht, junger Freund, aber in Dichand, der war ja jetzt natürlich nicht an sich gegen eine Regierungsbeteiligung vom Haider, aber nicht ohne, dass er es ihm anschafft. Also Dichand im Haider natürlich, da ist er eigen, der Hans gefolgt muss werden, sonst kriegt er einen Grant. Na, und dann haben sich die zwei Jungtuter, der Schüssel und der Haider, sich einfach also verselbstständigt und ohne aufs Kommando vom Herrl zu warten und dann war er natürlich angefressen. Warten Sie, ich habe das Dichand-Interview sogar von damals noch als Klingelton irgendwo am iPhone. Mir gefällt es nicht und es wird auch nicht gespielt werden wahrscheinlich. Wieso, man wird es in der Bevölkerung nicht verstehen. Und auf das hinauf haben wir dann also die Sanktionen erfunden. Die Leserbriefschreiber in der Krone haben gegen die arroganten Ohrschlöcher aus dem Ausland getobt und der Dichand hat sich zähneknirschend hinter die schwarz-blauen Stellen müssen, weil es gegen Brüssel gegangen ist. Und zwei Kisten Shampoos hat er mir auch noch zahlen müssen, weil er gewettet hat, dass sich der Marschallzwerg nie traut, gegen ihn aufmucken. Zwei Kisten Tomperignon 1945. Das hat er mir nie verzehnt heute. Ja, und Ihre abschließende Beurteilung der ÖVP-FPÖ-Koalition? Meinen Sie jetzt die von 2000 oder die dann von 2013? 05.000 Untertitelung. BR 2018